Ich lerne Deutsch. Nummer 8224 Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Du bist ein loyaler Mensch. Deshalb kann ich dir jederzeit vertrauen. Stimmt das wirklich? Du hast die Prüfung bestanden? Ich bin begeistert. Stimmt das wirklich? Du hast die Prüfung bestanden? Ich bin begeistert. Ich bin begeistert. Ich kann mich von alten Enttäuschungen befreien und mit offenem Herzen weitergehen. Welche beruflichen Erfolge möchtest du in den nächsten Jahren erreichen? Welche beruflichen Erfolge möchtest du in den nächsten Jahren erreichen? Diese Schachpartie endet unentschieden. Diese Schachpartie endet unentschieden. Beide Spieler sind gleich stark. Diese Schachpartie endet unentschieden. Beide Spieler sind gleich stark. Respekt ist eine wichtige Eigenschaft. Sie ist in allen Lebensbereichen von Bedeutung. Hast du noch eine Münze für den Automaten? Ich möchte eine Fahrkarte kaufen. Hast du noch eine Münze für den Automaten? Ich möchte eine Fahrkarte kaufen. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. und gib uns bitte ein Like. und gib uns bitte ein Like. Vielen Dank.